Ja, mein Name ist Saskia Steinberg, ich komme aus Höckeswagen, das ist hier im Bergischen Land. Ich habe drei Kinder, eigene, und arbeite schon seit vielen Jahren mit Kindern als Wald- und Wildnistherapeutin. Und ja, habe da oft viele gute Erfahrungen gemacht, mit Kindern einfach draußen zu sein und Spaß zu haben. Aber bin auch eben an Grenzen gestoßen und dann habe ich gedacht, ich komme mal hier hin und gucke mir das an. Über das Internet tatsächlich. Ich habe irgendwann mal eine Werbe-E-Mail von Daniel gekriegt und habe mir die angeguckt. Und ich weiß gar nicht, das war irgendwie über 50.000 Ecken, keine Ahnung. Habe das durchgelesen, es hat mich sofort angesprochen, dann habe ich ein Jahr gebraucht, um mich zu entscheiden. Aber dann habe ich mich entschieden und dann war es echt paff, das ist es. Die Methoden sind grandios. Also es geht wahnsinnig schnell. Ich bin wirklich fasziniert davon, wie schnell die Sachen greifen, wie gut die Kinder die annehmen, aber auch eben die Eltern, die sehen dann ihre strahlenden Kinder und kommen auch und sind völlig begeistert. Für mich ist es ein Riesenschritt, weil ich gemerkt habe, wie leicht es ist, auch an sich selber zu arbeiten und diese Sachen für sich selbst zu nutzen. Ja, Methoden sind grandios. Super. Also Daniel ist eine Granate, da hänge ich an den Lippen nach wie vor. Ich habe schon echt viele Seminare besucht und viele Sachen auch gehört. Und ich finde, der ist einfach, also der nimmt mich so mit, da kann ich gar nichts anderes machen. Und die Stimmung so untereinander ist toll. Also ich habe bis jetzt keine Negativerfahrung gemacht. Wir haben viel Kontakt, wir arbeiten gut zusammen, alle sind offen, alle sind ehrlich, ganz hervorragend. Ich bin völlig begeistert, muss ich, also das sage ich wirklich selten, aber einer der wenigen Menschen, die mich mit ihrer positiven Ausstrahlung echt noch flashen. Und ich finde es unglaublich hilfreich, auf was für einen Erfahrungsschatz er selber zurückgreifen kann, wie viel er aus der Praxis uns wirklich mitgeben kann. Ja, und das Wissen ist einfach grandios. Also ich bin wirklich absolut nur begeistert. Wird immer gebraucht, für jedes Kind. Ich finde, jeder kann davon profitieren, egal ob es ein Riesenproblem gibt oder ein kleines Problem. Ich habe einige Kinder, die wirklich auch nach langer Zeit wiederkommen und nochmal nachjustieren wollen oder sagen, boah, das tat mir gut, ich will nochmal. Ich baue das in meine Gruppenarbeit mit ein, das ist total klasse. Die kommen einfach alle in so eine gute Kraft mit sich und sind so entspannt nachher mit ihren Situationen und den Themen. Ich finde, es ist einfach eine Bereicherung für jede Arbeit, die ich mit Kindern mache. Die Methoden gehen super schnell, keiner hat irgendwie ein Problem damit, die anzunehmen. Also es ist einfach gut.